Wie viel Prozent von deinem Vermögen würdest du in Krypto anlegen? Hängt Neirol of Extreme wirklich von dir selbst ab? Also mein Anteil ist deutlich erhöht. Ich glaube, 70 Prozent sind es aktuell, 80 Prozent. Also auch deutlich gewachsen. Ich versuche immer umzuschiften, ein bisschen die Waage zu halten. Ich bin aber auch wirklich ehrlicherweise viel im Krypto drin. Ich beschäftige mich aber auch, wie ihr jetzt gesehen habt, tagtäglich viele, viele Stunden mit dem Thema. Und bin nach wie vor auch von Innovationskraft überzeugt, aber auch von dem Risiko, was mir bewusst ist an der Stelle. Und deswegen, die Prozentzahl kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du dich gar nicht damit beschäftigst, lass es bei einem kleinen Prozentsatz. Je mehr du machst, kannst du auch mehr riskieren. Solltest du dir Gefahren aber auf jeden Fall bewusst sein. Alle Grüßen waren. Also ich habe seit heute auch 22 Millionen BTC. Roman Ehrenfried. Du hast heute auf jeden Fall den Troll des Abends verdient. Den Titel werde ich dir nächstes Mal ausgeben. Was ist denn aus dem Community-Portfolio geworden? 1.000 Euro war Startbeitrag, oder? Genau. Das Community-Portfolio wird weiterleben. Und ich bin froh, dass ich mich mit den Käufen zurückgehalten habe. Ihr wisst, ich habe beim Start leider ein bisschen zu früh gekauft. Wir haben echt teure Bitcoin- und Ethereum-Anteile da drin. Teilweise für 54.000, 53.000 US-Dollar. Aber nur kleine Teile. Wir haben noch über 700, zwischen 700 und 800 US-Dollar in Cash. Und die werden jetzt demnächst Schritt für Schritt investiert. Und ich werde euch auch sagen, wann ich das mache, das werde ich transparent zeigen. Sowohl auf Instagram, als auch hier bei Twitch, als auch bei dem Hauptkanal. Und das lebt noch auf jeden Fall. Ich kann es jetzt gerade nicht aufrufen, weil ich mich gerade nicht einloggen kann. so schnell, ohne dass ihr irgendwas seht, was ihr vielleicht nicht sehen sollt. Aber es ist da, es existiert. Und das lebt weiterhin. Deswegen gut, dass ich das Cash noch ein bisschen zurückgehalten habe. Und so habe ich übrigens auch den gesamten Bullmarkt auch mich bewegt. Das wisst ihr auch. Bin ich auch transparent. Ich sage zwar nicht, was ich kaufe oder was ich mache, weil ich auch keine falschen Incentives setzen will. Und ich die Weisheit wirklich nie mit Löffeln gefressen habe und auch viel Scheiß mache. Aber ich habe eben auch in diesem Bullmarkt nach oben auch Sachen abverkauft. Umgeschichtet einen Teil in Steuer, nämlich in Stable dann entsprechend. Einen Teil in BTC Ethereum ganz, ganz locker entspannt. Und einen Teil als Cash Reserve für Phasen, in denen es eben so rapide auch runter geht, um auch wieder außerhalb des Sparplans ein bisschen mehr zugreifen zu können. Meine Strategie muss nicht die Wahrheit sein. Mein Weg, den ich seit 13 Jahren so gehe, bei allen Assets, die ich mitgemacht habe, das sind sogar 16 Jahre schon. Also von daher, jeder muss da seinen eigenen Weg finden, mit dem er sich wohlfühlt. Ihr habt auch nicht immer das alles einzuhalten. Das ist auch ganz wichtig. Ich setze mir deswegen Ziele, versuche mich daran zu erinnern, dass diese Ziele auch einen Grund haben, warum ich sie so eingetragen habe. Justiere diese aber auch nach. Das heißt, ich gucke schon auch die aktuelle Marktsituation. Zum Beispiel im März war für mich das Ende der Fahnenstange nach oben noch nicht erreicht. Das war für mich eigentlich so ein absoluter Tipping Point. Und ja, danach habe ich dann aber auch trotzdem, wenn ich ein Kursziel nachziehe sozusagen, wird ein Teil verkauft. Und so kommt man dann eben auch aus einer bullischen Phase gut aus einem Markt raus. Steuerlast wird dadurch ausgelöst. Definitiv, aber auch hier wieder Steuern auf Gewinne und Geld, was ich zur Verfügung habe, was ich dann in schlechteren Phasen wieder in langfristigere Titel noch investieren kann. Bis zum nächsten Mal.